Nee, da kann man auch nichts mehr mitmachen. Tja. Jetzt steh mal hier wieder. Falls ihr was wisst, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Eine Waage, sie scheint Markierung zu haben. Ja, das möchte ich gerne... Ach, da darf ich das hinstellen. Okay. Eine kleine Scheibe. Die möchte ich gerne da unten einsetzen. Da. Bitte. Einmal drehen. So. Ein weiteres Objekt. Ein Gewicht. Und hier ist auch noch irgendwas. Eine kleine Scheibe. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was vor uns hier. Ähm. Okay, wir haben ein Gewicht. Dieses Gewicht wahrscheinlich wird hierhin gehören. Mhm. Oh, Entschuldigung. So. Unser Problem ist, die Scheibe wird höchstwahrscheinlich nicht hier reinpassen. Von der Form her. Oder doch? Ach, das kann man mitnehmen. Okay. Ich dachte, das wäre fest. Dann ist ja easy, pup easy. Na, da. Noch ein Gewicht. Noch ein Gewicht. Das hier wird uns wahrscheinlich auch noch... Wir werden auch noch wahrscheinlich brauchen. Äh, das kommt wahrscheinlich hier oben hin. Nein. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum denn nicht? Das passt doch super von der Form her. Was ist denn? Nautical measures. Guck mal einer an. Ein Dreieck. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Okay. Mir fehlt aber... Kann man die auch wieder runternehmen? Nee. Mir fehlt die Scheibe. Moment. Ja. 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 Das hat irgendwas mit den Dingern hier zu tun. Darf ich die jetzt verschieben? Ja. Ich weiß nur nicht wie. Ich verschiebe die jetzt einfach mal so. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Die sollen eigentlich so... Ach, die kann man auch so. Ja, das ist ja schön. Ich dachte, die würden nur... ...nur so, wie ich sie dahin platziert habe. So. Wunderbar. Okay. Dürfen wir das auch aufmachen? Da ist die Platte. So täuschen die Frauenleute ihre Gewichte. Einfach mal komplett vertuschen, dass da noch was isst. Okay. Äh... Hm... Oh, jetzt muss ich aber... Also eins muss zusammengelegt werden. Machen wir mal erstmal das hier rein. Dann das hier. Okay, das geht so. Das ist schön. Ein Gewicht. Und das sieht so aus, als ob man da auch dran rumspielen könnte. Noch was? Ich lasse das mal so. Ich weiß nicht, ob das so fertig ist. Aber das gehört auf jeden Fall hier hin, ne? Zack! So, jetzt ist hier bestimmt noch irgendwas dran. Ne? Hm. Oh, Moment. Hier ist was. Ah! Haha! Schön. Finde ich toll, wie die das immer so versteckt haben da drin. Und nicht ganz so schwer. Ja, das geht nicht. Muss das einfach nur da drin sein? Ja, das geht auch nicht. Irgendwie muss ich den drehen. So, ja. Okay. Jetzt muss ich den hier unten aber erstmal rausholen. Der ist fehl am Platz hier. Geh du mal da hin. Äh. So. Und geh du mal da hin. Geh du da hin. Ja, dann würde ich den hier reinladen. So. 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 Und die beiden. So. So. Okay. Ähm. Hallo. Das sieht so aus, als ob das leer ist. Dann hauen wir hier jetzt einfach mal noch... Ich denke mal, das ist das vorletzte, aber hier müssen wir auch dran rumspielen. Oh, das ist aber... so. 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 Ist das so? Ist das so richtig? Das kleine Gewicht kommt dann hier hin. Klack. Und das große Gewicht. Da hin. Ein Anker... Ach stimmt. Ein Anker und ein... So ein Strudel, ne? Ein kleiner Anker. Der kommt bestimmt ans Schiff. Der kommt bestimmt ans Schiff. Dann gehen wir doch erstmal zum Schiff. So. Da haben wir nämlich auch dieses komische Ding, was da hinpasst. Metallstern. Dann gehen wir wieder zurück. Wo ist denn? Wo ist das Tischchen? Da. Man kann auf jeden Fall Sachen... Oh, guck mal. Da fehlt auf jeden Fall irgendwas. Aber hier kriegt man irgendwas auf. Und hier kann man Sachen rumschieben. Aber wir machen erstmal hier vorne den Stern nach ein. Da. Okay, was haben wir hier? Eine Uhr. Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Oh. Kommt das hier irgendwo hin? Aber bestimmt, wenn man das irgendwie auf eine bestimmte Art einstellt. So, was ist das? Ah, das kann man nach unten ziehen. So. Ein kleiner Schraubenzieher. Ein Schlitzschraubenzieher. Okay. Ähm. Wofür? Was ist das da überhaupt? Kann man das... Und jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr dran rumspielen. Ach, hier ist ein Schalter. Was ist das? Oh. Irgendwas zum Aufziehen. Ja, ein Aufziehschlüssel. Okay. Was ist das? Okay, der Schlüssel kommt auf jeden Fall hier hin. Was? Lässt sich nicht aufziehen. In diesem Fall fehlt noch etwas. Ja, das ist das hier. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ah, Moment. Kommt das jetzt da rein? Ja. Kommt das jetzt da rein? Also ich muss auf jeden Fall irgendwie den Schlüssel da rauskriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den im richtigen Moment anklicken muss. Hm. Hm. Kann ich jetzt hier vielleicht dann rumspielen? Hä? Das hat ein Geräusch gemacht, aber ich... Kann ich jetzt auch nicht mehr mit der Frau rumspielen? Hm.